Heute stelle ich dir die besten Mini-PCs für Proxmox vor. Dabei starten wir mit dem AD15, während er mit einem sehr starken Intel-CPU daherkommt, und zwar der Intel i5-1254H. Dieser hat zwei Vorteile. Zum einen, er ist sehr stark, das heißt er kann bis zu 45 Watt takten, und auch der Mini-PC hat stark genug Lüfter, um diese Kapazität auch zu unterstützen. Und du kannst auch mal eine SATA-SSD einbauen, um noch mehr Speicherplatz zu bekommen. Zwei Sachen, die für Proxmox durchaus wertvoll sind. Dazu kriegst du schon 512 GB SSD eingebaut, und du kriegst 16 GB RAM. Die 16 GB RAM könnten etwas wenig sein, aber auch hier kein Problem, denn diese kannst du später auch noch upgraden. Dazu kriegst du allerdings noch mehr. Davor allerdings erstmal den Intel-CPU, den du bekommst, unterstützt Virtualisierung, das heißt du kannst Proxmox ohne Problem benutzen, und du kannst Windows, TrueNAS oder was auch immer du möchtest darauf draufen lassen. Dazu kriegst du eben hier die Option, eine SATA-SSD einzubauen, und hier kann man auch mal sehen, du kriegst 64 GB. Dazu kriegst du auch noch Thunderbolt-Anschluss, das heißt, falls du irgendein externes Zubehör brauchst für Proxmox, kannst du das dann perfekt verbinden. Aber du kriegst auch noch mehrere USB-Schnittstellen, wo du zum Beispiel zum Booten verwenden kannst, und generell kriegst du hier alle wichtigen Funktionen für rund 400 Euro. Als Nexus haben wir dann einen Mini-PC mit AMD, und zwar kriegst du hier einen AMD Ryzen 5 5500U. Diesen empfehle ich dir, wenn du einen nicht ganz so starken CPU brauchst, der doch, sagen wir mal, 70 bis 80 Prozent der Stärke macht, aber dafür nur ein Drittel der Power verbraucht. Denn das ist auch der große Vorteil, der ist sehr effizient, und verbraucht gerade einmal bis zu 15 Watt. Und gerade wenn du jetzt vorhast, Proxmox den ganzen Tag zu laufen zu lassen, oder auch das ganze Jahr, dann ist Effizienz doch ein recht wichtiger Punkt, gerade bei den Stromkosten, denn es kann einen Unterschied machen zwischen 10 Euro Stromkosten im Jahr oder auch 40 Euro Stromkosten im Jahr. Deswegen empfehle ich dir hier, wenn du etwas Effizienteres brauchst, nicht die komplette Power. Auch der Ryzen 5 5500U unterstützt Virtualisierung, heißt auch den kannst du gut mit Proxmox benutzen. Du kriegst sogar einen 2,5 GB LAN-Anschluss, falls du das brauchst für dein Server-Array, auch sehr praktisch. Und natürlich noch mehrere USB-Anschlüsse. Somit kriegst du hier eigentlich alle wichtigen Funktionen für 60 Euro weniger wie der andere. Heißt, der kostet 340 Euro, kommt auch mit 16 GB RAM und halt mit einem Ryzen-CPU. Zum Schluss haben wir noch den MeepoCat Mini-PC. Dieser kommt mit dem Intel Alter Lake N100. Diesen empfehle ich dir, wenn du Proxmox nur für sehr leichte Sachen benutzt. Sagen wir mal, du entschließt Proxmox, möchtest da noch Home Assistant virtualisieren, dann noch vielleicht Plex oder auch Jellyfish, dann ist der perfekt. Wenn du allerdings nun noch Windows installieren möchtest und TrueNest und noch weitere Betriebssysteme, und die alle gleichzeitig laufen lassen können, wird die Performance nicht wirklich reichen, die du bekommst. Dafür kostet das Ganze nur 260 Euro, du kriegst eine 1 TB NVMe SSD und 16 GB RAM. Heißt, wenn du dich wirklich im kleinen Bereich auffällst, sagen wir mal, du kannst recht viel machen, aber solange du nicht Windows auch noch installieren musst, kommst du mit einem guten Budget gut davon und kriegst alle Funktionen, die du eigentlich auch brauchst. Die Anschlüsse sind auch sehr vielreich, du kriegst mehrere USB-Anschlüsse, HDMI ist auch mit dabei und natürlich auch einen LAN-Anschluss. Tschüss.